Okay, wir simulieren mal wieder ein bisschen und für diese Simulation können wir das Datenbeispiel ein bisschen vereinfachen. Wir brauchen nämlich keinen Faktor B, der ist völlig egal, um zu verstehen, warum unsere Prüfgröße, die wir F genannt haben, ein so wichtiger Schritt in der ANOVA ist. Nehmen wir mal wieder an, wir hätten drei Faktorstufen unseres Faktors A und das wären unsere drei Alkoholniveaus 0 Promille, 0,5 Promille und 1 Promille. Unter jeder Faktorstufe hier hätten wir wieder zehn Personen erhoben. Das heißt sowohl in Faktorstufe A1 als auch in Faktorstufe A2 und genauso in Faktorstufe A3. Wir haben also eigentlich dieselbe Datensituation wie bei unserem ANOVA-Beispiel, das auch noch den Faktor B beinhaltete, nur führen wir diesen Faktor B hier nicht explizit auf. Was wir nun machen, ist Daten zu erheben. Und diese Daten hier, die sind nun ein bisschen anders angeordnet als in unseren bisherigen Beispielen. Alle Versuchspersonen in unserem ersten Experiment stehen in dieser ersten Zeile hier. Das, was hier in der zweiten Zeile steht, das ist ein zweites Experiment. Wir würden also unser Alkoholfahrleistungsexperiment nicht nur einmal durchführen, sondern ein zweites Mal mit anderen Versuchspersonen und ein drittes Mal mit wieder anderen Versuchspersonen und ein viertes Mal, ein fünftes Mal und so weiter. Bis 10.000 Mal hier ganz unten. Wir wären also ein Forscher mit sehr viel Zeit, sehr viel Geld und sehr wenigen Ideen, würden einfach dasselbe Experiment 10.000 Mal durchführen mit jeweils anderen 30 Versuchspersonen. Auch wenn diese Formel zur Berechnung der Zahlen hier ein wenig seltsam aussieht. Glaubt mir, was hier gemacht wird, ist nichts anderes, als in jeder Zelle für jede unserer Versuchspersonen in allen 10.000 Experimenten irgendeine vollkommen zufällige Zahl zu ziehen. Das, was wir hier tun, ist nicht mehr als auswürfeln. Und zwar die Ergebnisse all unserer Experimente. Ich scrolle mal ein bisschen nach hinten und zeige euch mal, was ich dann gemacht habe. Zunächst mal habe ich hier die wichtigen Zusammenfassungen unserer Stichproben aufgeschrieben. In jeder dieser Faktorstufen waren 10 Personen enthalten, also klein n gleich 10. Jetzt kann ich hier die Mittelwerte berechnen, und zwar der jeweiligen Faktorstufen, der Faktorstufe a1, a2 und a3. Das kann ich für jedes unserer 10.000 Experimente tun. Und denkt dran, die Streuung zwischen diesen Werten hier, die ergibt sich alleine aus der Fehlerstreuung, denn wir ziehen ja all unsere Werte komplett zufällig. Hier hinten schließlich berechnen wir in unserem Grand Mean G-Quer ebenfalls 10.000 Stück für jedes unserer 10.000 Experimente. Jetzt kann ich die Quadratsummen berechnen, also die Streuung unserer Stufenmittelwerte des Faktors a, unsere Fehlerstreuung, das heißt die Streuung unserer einzelnen Messwerte um ihren Zellmittelwert, und schließlich unsere totale Streuung aller Daten. Wir sehen hier einen deutlichen Unterschied zwischen der Treatment-Quadratsumme und der Fehlerquadratsumme. Die Fehlerquadratsumme ist immer deutlich höher, vielleicht so um den Faktor 20 oder 30. Nun berechnen wir unsere Freiheitsgrade. Unsere Freiheitsgrade, das sind zwei Freiheitsgrade für das Treatment und 27 Freiheitsgrade für den Fehler. Die Treatment-Freiheitsgrade, wir erinnern uns, das waren p-1, also die Anzahl der Stufen unseres Faktors minus 1. Unsere Fehlerfreiheitsgrade, das waren n-1 mal p mal q. Ein q haben wir hier nicht, also bleiben wir mal beim mal p und das sind n-1, also 10-1 gleich 9 mal p, p ist 3, also kommen da 27 dabei heraus. Unsere totalen Freiheitsgrade, das war n mal p mal q minus 1. Wieder haben wir keinen zweiten Faktor, also bleibt n mal p minus 1, das ist 10 mal 30, minus 1 sind 29. Jetzt teilen wir jede unserer Quadratsummen durch die zugehörigen Freiheitsgrade und kommen auf unsere Populationsvarianzen, die ich ganz rechts angegeben habe. Ich scrolle mal wieder ein bisschen weiter nach rechts, denn das, was wir da sehen, das beantwortet unsere Frage nach der Bedeutung der Prüfgröße. Ich habe nämlich die Prüfgröße hier einfach mal ausgerechnet. Für jede unserer 10.000 Stichproben teile ich hier die Treatment-Varianz durch die Fehler-Varianz. Die 2,15 hier, die ergeben sich also, indem wir 94,9 durch 44,01 teilen. Jetzt habe ich also hier 10.000 solcher F-Werte berechnet, solcher Brüche aus Var-Treat durch Var-Error. Und was macht man, wenn man viele Daten in einem übersichtlichen Diagramm veranschaulichen will? Na, man kann einfach mal ein Histogramm machen. Wir können nämlich einfach mal schauen, mit welcher Häufigkeit bestimmte F-Werte hier vorkommen. Wir sehen hier schon, dass eine ganze Menge F-Werte so im Bereich unter 0 auftreten. Es gibt aber auch durchaus ein paar, die die 2 überschreiten. Aber meistens beobachten wir doch relativ kleine F-Werte. Und sie sollten ja irgendwo im Bereich von 1 liegen. Wenn wir einfach mal eine Häufigkeitsverteilung dieser 10.000 F-Werte hier bilden, das ist hier rechts in der Grafik aufgetragen. Die blauen Balken, das ist die Häufigkeit, mit der wir bestimmte F-Brüche beobachten. Diese 0,188 hier also sagen uns, dass wir F-Werte zwischen 0 und 0,188 in ungefähr knapp 17,5% aller Fälle beobachten. Im nächsten Intervall liegen schon etwas weniger F-Werte. Auch darunter liegen wieder weniger und weniger und noch weniger und so weiter. Wir sehen aber genauso, dass es durchaus ein paar F-Werte gibt im Bereich von 3 oder sogar 4. Es kommt also durchaus mal vor, dass die Treatment-Varianz viermal so groß ist wie die Fehler-Varianz. Und denkt dran, diese Varianzen entstehen nur durch den Messfehler. Die Populations-Varianz unserer Treatments ist also viermal so groß wie die Fehler-Varianz, alleine durch Zufall. Und hier sehen wir schon, wie weit unser Bruch aus VAR-Tree durch VAR-Error sich vom Wert 1 entfernen darf, auch dann, wenn nur die Messfehler für beide Streuungen verantwortlich sind. Und das, was ich Excel jetzt so ganz wunderbar machen kann, das ist, diese 10.000 Experimente einfach nochmal machen zu lassen. Ich würfle einfach 10.000 Mal neue Zufallszahlen für unsere Versuchspersonen. Und zwar genau jetzt. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ihr könnt sehen, wie sich unsere Varianzen ständig verändern. Genauso unsere F-Brüche. Das sind immer 10.000 neue Experimente. Was wir aber genauso sehen ist, dass sich die Form unserer Häuflichkeitsverteilung kaum verändert. Das ist eine ganz verblüffende Eigenschaft am Zufall. Wenn wir unsere Messwerte vollkommen zufällig ziehen, dann sollte man doch eigentlich gar nicht vorhersagen können, was sich daraus am Ende für Brüche aus VAR-Tree und VAR-Error ergeben. Also, was für F-Werte dabei entstehen könnten. Das stimmt aber gar nicht. Zwar können wir nicht vorhersehen, wie groß unser F-Wert in einer konkreten Durchführung des Experimentes wird. Aber wenn wir das Ganze 10.000 Mal machen, dann schwanken unsere F-Werte keineswegs vollkommen zufällig durch die Gegend, sondern sie verhalten sich sehr systematisch. Statistiker haben jetzt versucht, diese Systematik zu beschreiben. Und zwar mit einer mathematischen Funktion. Und diese mathematische Funktion, die seht ihr hier unten angegeben. Sieht super kompliziert aus. Das Einzige, was für uns aber wichtig ist, ist, dass diese lange mathematische Funktion hier exakt die rote Linie in diesem Diagramm beschreibt. Und wir können schon erkennen, dass die rote Linie den Verlauf unserer Häufigkeiten der F-Brüche sehr gut wiedergibt. Und tatsächlich lässt sich das Ganze auch theoretisch herleiten. Die rote Linie ist die perfekte Approximation des Verlaufes, also der Häufigkeitsverteilung unserer F-Werte, wenn wir dasselbe Experiment sehr, sehr, sehr oft machen würden. Und mit sehr, sehr oft meine ich nicht nur 10.000 Mal so wie wir hier, sondern 1 Million, 20 Millionen, am besten unendlich oft. Wenn wir das könnten, dann sähe die Verteilung unserer F-Werte genau so aus, wie die rote Linie dort beschreibt. Deswegen heißt die Prüfgröße hier F, weil ihre Häufigkeitsverteilung, wenn man dasselbe Experiment sehr, sehr oft simulieren würde und nur der Messfehler für die Schwankung im Zähler und Nenner dort verantwortlich wäre, eine Häufigkeitsverteilung annimmt, die die Statistik als F-Verteilung bezeichnet hat. Wir wissen, dass wir diese Häufigkeitsverteilung unserer F-Werte bei vollkommenem Zufall erwarten dürfen. Wenn es also keinen Effekt unserer Treatments gibt, dann sollte sich diese Häufigkeitsverteilung von F-Werten einstellen. Der Trick, den Statistiker jetzt anwenden, der geht wie folgt. Sie sagen, F-Werte in diesem Bereich hier, die sind noch völlig normal. F-Werte in diesem Bereich hier, die sind auch noch völlig normal. In diesem Bereich hier ebenfalls, auch hier, auch hier. Und jetzt kommen wir langsam in den Bereich ein bisschen unwahrscheinlicherer F-Werte. Dass unsere Fehlerstreuung dazu führt, dass unsere Treatment-Varianz dreimal größer ist als unsere Fehler-Varianz, das ist relativ unwahrscheinlich. Viermal größer ist noch unwahrscheinlicher. Fünfmal größer ist noch unwahrscheinlicher. Und so weiter. Wenn wir also in unserem Experiment einen F-Bruch beobachten, der irgendwo hier hinten liegt, dann ist das Auftreten dieses F-Bruchs statistisch extrem unwahrscheinlich. Und zwar extrem unwahrscheinlich unter der Annahme, dass der Zufall allein verantwortlich ist. Die Statistik sagt nun, wenn ein so extrem unwahrscheinlicher Fall eintritt, dann ist es doch viel besser denkbar, dass unsere Treatments tatsächlich einen Effekt haben. Und dass dieser zusätzliche Effekt der Treatments für unseren gewaltigen Unterschied zwischen der Treatment-Streuung und der Fehlerstreuung verantwortlich ist.